Dein Jobrad läuft nicht mehr rund oder hat einen Schaden? So meldest du diesen. Am einfachsten, du wendest dich an einen Jobrad-Fahrradfachhändler. Das muss auch gar nicht der Händler sein, bei dem du dein Jobrad abgeholt hast. Vereinbare einen Termin. Der Fachhändler nimmt den Schaden auf und meldet ihn unserer Partnerin, der Asona GmbH. Jetzt hast du erstmal kein To-Do mehr. Du kannst dich zurücklehnen. Der Fahrradhändler meldet sich bei dir, wenn dein Fahrrad repariert und abholbereit ist. Wenn du den Schaden selber melden möchtest, dann kannst du das gerne tun, und zwar über das Schadenportal der Asona GmbH. Oder du schreibst eine E-Mail oder meldest dich per Telefon. Dafür brauchst du deine Antragsnummer. Diese findest du im Mein-Jobrad-Portal deines Arbeitgebers unter dem Reiter Meine Jobräder. Dad Bis zum nächsten Mal.